Hey Leute, ich bin Sian von Magic Spice und heute ist Tag 7 vom Pack of the Day Serie und heute haben wir ein Päckchen der Champions-League-Sieger 14-15 von Panini und dann öffnen wir das mal. Fangen wir gleich mal an mit Chess Fabricas von Chelsea, dann klitzernden Sticker von Hulk hier von St. Petersburg, dann haben wir Akint Faev von CSKA Moskau, dann haben wir Bekchak oder so. Und dann noch einen zweiten Klitzersticker, Liverpool-Club-Logo. Also zwei Klitzersticker in einem Pack, das ist doch mal eine gute Ausbeute hier. Also ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ihr eine, gebt doch einen Daumen hoch. Also jeden Tag wird jetzt so ein kurzes Pack of the Day kommen. Ist ja schon Tag 7, also sechs andere Videos sind bereits erschienen und das geht jetzt den ganzen April lang. Und ich hoffe es gefällt euch, wenn ihr eine, gebt doch einen Daumen hoch. Abonniert auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns bald wieder hier bei den Magic Spice. Ciao, bis morgen.